Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute mit drei weiteren wichtigen Funktionen auf Listen und zwar All, Any und None. All, Any und None sind sozusagen da, um euch Auskunft über diese Liste zu erteilen. Das heißt, ihr könnt damit wunderbar irgendwelche If-Abfragen durchführen, die dann eben sagen, hey, hat diese Liste vielleicht irgendwelche sinnvollen Items und das Ganze ist super effizient. Natürlich kann man das auch anders lösen. Zum Beispiel möchte ich hier ganz kurz hinweisen auf BasicList.any. So, das ist der erste Aufruf, den ich euch zeigen möchte. Das bedeutet so viel wie, sind überhaupt Elemente in unserer Liste drin. Das ist dasselbe, wie wenn wir hier sagen würden, bei minus 4, probieren wir es mal so. Dann haben wir hier offensichtlich nur eine leere Liste und da kommt dann False bei raus. Das heißt, wir haben kein Element hier drin. Das ist übrigens eine der Arten und Weisen, wie ich gerne leere Listen erzeuge, indem ich hier einfach ein Element reinschreibe und dieses eine Element dann wieder rausschmeiße. Aber ja, es gibt andere Schreibweisen dafür. Und sobald eben ein Element in dieser Liste drin ist, ist sie nicht leer, also steht hier True dabei. Das quasi Gegenteil dazu ist None. Keine Sorge, es wird noch komplexer. None sagt uns genau das Gegenteil. Das heißt, ist diese Liste sozusagen leer. Und ja, None ist in diesem Fall genau gleich mit IsEmpty. Das heißt, hier IsEmpty zu schreiben ist genau dasselbe, wie wenn man None hat. Also es ist die Abfrage, ob die Liste im Endeffekt leer ist. Und hier kommt natürlich ein Nein raus. Die Liste ist nicht leer. Ich würde euch empfehlen, IsEmpty zu verwenden, denn None verwendet man normalerweise für andere Dinge. Und diese anderen Dinge möchte ich euch jetzt zeigen. Das könnt ihr machen mit None, mit Any und mit All. Im Endeffekt kann man hier auch wieder eine Funktion eingeben. Das heißt, hat man, ich fange mal mit Any an. Gibt es ein Element in der Liste, das diese Anweisung hier erfüllt? Und zwar die Anweisung heißt It ist gleich 1. Ist vielleicht ein Element in dieser Liste, das 1 ist? Das ist die Frage hier und die Aussage hier ist natürlich Ja. Während wenn wir hier sagen, ist vielleicht ein Element in der Liste, das 11 ist, dann ist die Aussage Nein. So, wenn ich jetzt sage, ist ein Element da, was kleiner ist als 11. Also ich kann hier im Endeffekt wieder jegliche Abfragen reinschreiben, die ich möchte. Dann bekomme ich auch wieder ein Ja zurück. Und ihr kennt die anderen Funktionen im Endeffekt auch schon. Ihr könnt das mit Filter machen und dort die Länge der Liste dann überprüfen. Das ist halt einfach eine Kurzschreibweise, wenn ihr nur überprüfen wollt, ob das auch wirklich vorhanden ist. So, jetzt gibt es allerdings hier andere Funktionsaufrufe. Any ist einer davon. Any bedeutet so viel wie, gibt es ein Element, egal wie viele, aber mindestens ein Element in der Liste, das diese Bedingung hier erfüllt. Falls Ja, gib Ja aus. Falls Nein, gib Nein aus. Also False und True. Dagegen gibt es aber auch noch All. Hierbei müssen dann alle, wirklich jedes einzelne Listen-Element muss diese Bedingungen hier drin erfüllen, damit hier ein True rauskommt. Da reicht nicht ein Element, da reicht auch nicht alle bis auf ein Element. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein kleiner als 10 mache, dann kommt hier schon ein False raus. Denn nicht jedes Element in dieser Liste ist kleiner als 10. Denn wir haben hier eine 10 drin, die ist offensichtlich größer oder gleich 10. Das heißt, diese Anfrage hier ist nicht erfüllt. Während Any, das wäre absolut kein Problem, hier bei Any genau dasselbe hinzuschreiben. Da kommt natürlich ein True raus. Weil es gibt zumindest 5 Elemente hier in dieser Liste, die diese Bedingung hier erfüllen. Und 1 reicht aus. So, und None ist im Endeffekt genau das umgedrehte, ähm, naja, das quasi gedanklich umgedrehte All. Ist auch wirklich kein einziges Element in der Liste, das diese Bedingung hier erfüllt. Das heißt, wenn ich schreibe it kleiner 10, dann ist natürlich auch hier die Aussage falsch. Also es ist nicht logisches Oder. Ja, also es ist nicht genau das Gegenteil. Sondern es ist ein gedankliches Oder. Also es ist nicht dasselbe. Ähm, man denkt sich, okay, gibt es kein Element, also nicht mal ein einziges Element in dieser Liste, das das hier erfüllt. Und die Aussage ist natürlich falsch hier. Ähm, da müsste man jetzt sagen, okay, gibt es vielleicht kein Element, das größer ist als 10. Und dann hätte man hier ein Ja. Das heißt ein True. Während bei All natürlich wäre das auch nicht gegeben. Also wenn jedes Element größer als 10 wäre, dann wäre das natürlich auch falsch hier. Denn nicht mal ein Element ist größer als 10 hier. Okay, also ihr seht, was ich meine. Mit Any, da habe ich ein einziges Element in der Liste, das diese Bedingung erfüllt. Dann reicht mir das aus. Für All, damit hier ein True rauskommt, muss jedes einzelne Element in der Liste diese Bedingung erfüllen. Und für None darf nicht ein einziges Element dieser Liste diese Bedingung hier erfüllen, damit hier ein True rauskommt. Gut, das heißt, man kann zum Beispiel sagen, mit None kann man gut vergleichen, None ist gleich Null zum Beispiel. Das heißt, kann ich, so kann ich super schnell überprüfen, habe ich auch wirklich nicht ein Element in der Liste, das Null ist. Was in diesem Fall natürlich True ist, weil diese Liste keine Fragezeichenliste ist. Also hier innen drin habe ich keinen Typ Int Fragezeichen. Während wenn ich das so machen würde, würde sich mein Typ ändern, dann dürfte ich das hier auch nicht mehr machen. Aber das ist was anderes. Also wenn ich zum Beispiel Fragezeichen-Typen in meiner Liste habe, das ist durchaus möglich, dann ist so ein Aufruf hier super schnell abgehandelt, ist auch wirklich kein einziges meiner Elemente Null. Und wenn das der Fall ist, kann ich auch direkt das Fragezeichen hier wegstreichen und alle behandeln, als wären sie feste Typen. Ja, super praktisch das Ganze und das war es eigentlich von meiner Seite auch schon. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.